Ich liebe dich. Irgendwas ist komisch. Shadow, wir werden Sie heute im Lauf des Nachmittags entlassen. Ich werde nicht drum herum reden, denn das macht es auch nicht besser. Ihre Frau, sie ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Wie dürfte ich Sie denn nennen, wenn ich dürfte? Shadow Moon, wie dürfte ich Sie nennen? Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Dann ist heute mein Tag. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Sind Sie mein Mann, Shadow? Weißt du, wer er ist? Wer er wirklich ist? Er kennt unsere Welt nicht. Ich führe ihn vorsichtig ein. Ich schätze, ich verliere den Verstand. Sie sagten mir, wer es tut. Wer hat es gesagt, Leibchen? Anscheinend haben Sie eine Wahl. Entweder ist die Welt verrückt. Oder Sie sind es. Lesen Sie sich Zeit. Lesen Sie sich Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020